Es ist schon zu viel gesagt, wir seien im falschen Film. Es reicht zu sagen, wir sind in jenem Film, mit dem das Leben sich schützt und vergessen macht, dass diese hieraklitoristische Aneinanderreihung von Bildchen eins nach dem anderen in einer horizontalen, nicht vertikalen, nichts anderes ist als das Vergessen, dass jedes dieser Bildchen, Schnappschüsse der Moment der unwiederbringlichen Augenblicklichkeit der Selbstauslöschung ist. Und man nur im authentischen Sein ist, wenn man dies erkennt und nicht in dem Metaphern-Gleit-Film, der als Vergessensordnung und Schleier darübergelegt ist, damit trotz Vergegenwärtigung des Todes das Verwesen handlungsfähig bliebe und den Augenblick verpassen kann. Vielen Dank.